Soko 5113, wer kennt sie nicht? Die Urserie der Sokos, der Krimiserien im ZDF und den Vater der Sokos, kann man ja wirklich so sagen, er war ja von Anfang an dabei, Wilfried Klaus, besser bekannt als Horst Schickl, den haben wir heute hier bei uns im Promi geflüstert, im Interview. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen in Stuttgart. Genau, jetzt muss man ja sagen, Sie sind jetzt vor einigen Jahren undercover sozusagen in Ruhestand gegangen, unter einem schönen Ausstieg sozusagen und haben sich sozusagen zurückgezogen. Was ist in der Zeit dann auch für Sie privat filmisch passiert? War das für Sie dann auch der Ruhestand jetzt? Nein, das ist es nicht. Ich habe einiges gedreht, aber es ist natürlich sehr viel ruhiger, aber das ist auch gut so. Also nach diesen 30 Jahren durcharbeiten, war es wirklich notwendig, dass man sich selber ein bisschen ruhig gönnt. Und inzwischen, aber ich drehe verschiedene, ich habe jetzt gerade Rosenheim-Kopf gedreht und München 7 in München und jetzt das hier und so verschiedene Sachen. Also das ist sehr schön so. Okay, dann kann man sich jetzt doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch für die Frau, für die Familie. Und ich glaube, Sie sind irgendwo auf dem Land zu Hause und haben auch ein bisschen einen kleinen Bauernhof sozusagen, oder? Ja, Bauernhof ist es natürlich nicht. Das ist ein altes Bauernhaus. Das ist in der Nähe von Bad Füssing, einem kleinen Ort. Und da genießen wir auch ein bisschen die Ruhe und unseren Garten. Kann man sich das halt so schön gemütlich machen sozusagen und die Ruhe genießen, ganz genau in der Hektik. Sie sind ja zu einer Zeit von der Soko auch jetzt, oder auch im Nachhinein sogar, glaube ich, ausgezeichnet dann zum Ehrenpolizisten sozusagen. Das war noch während der Soko. Ja, genau. Ja, ja, während der Soko. Also Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei. Wie geht man mit so einer Auszeichnung um? Was ist das? Was bedeutet das für Sie? Das war eine besondere Freude und Ehre für mich, weil das es einfach widerspiegelt, dass die originale Polizei damit zufrieden ist, was wir machen. Und was wir damals immer gemacht haben. War das schon dann so relativ, oder an der Realität dran, irgendwo die Erzählungen und die Geschichten? Also es war ja, als die Soko 51-13 losging, als wir 76 angefangen haben zu drehen, die Grundidee kam ja von einem Kriminalkommissar Dieter Schenk aus Kassel. Und der hat die Grundidee geschrieben in einem Buch, weil er sich immer so geärgert hat darüber, wie die Polizeiarbeit im Fernsehen dargestellt wird. Und er hat gesagt, ich möchte etwas schreiben, um mal zu sagen, wie sieht Polizeiarbeit wirklich aus? Was ist das für eine Knochenarbeit, die dahinter steckt? Und eine Mühsal, eine wirklich, eine ganz harte Arbeit und nicht so nur, dass man ein bisschen sich kratzt und sagt, ja, ich weiß schon, wer der Täter ist. Und wir haben dann einfach versucht, das so realistisch wie möglich zu machen. Und das war dann, glaube ich, auch der große Erfolg, gleich von Anfang an. Das waren ja zum Anfang eigentlich Fälle eher im Drogenmilieu sozusagen, also Drogenfälle. Die ersten Jahre waren eigentlich im Wesentlichen Drogenproblematik. Da ist man jetzt irgendwo ein bisschen weggekommen davon und 51.13 stand ja, glaube ich, für die Telefonnummer des Chefs. Das war die Originalnebenstelle von diesem Dieter Schenk in Kassel als Kriminalhauptkommissar. Man wusste nicht, wie könnte man das nennen und normalerweise sind ja Sokos immer nur für eine einzige Geschichte, also für einen Fall. Und dann hat man gesagt, ja, wenn man eine Fernsehserie draus macht, dann muss man irgendwas, was alles mit einschließt und dann nehmen wir halt die Telefonnummer, die Nebenstelle. Ja, daher kommt das ja. Jetzt sind es knapp 40 Jahre, nicht ganz, mit dem Titel, wo der Zuschauer, sag ich mal, vertraut ist. Jetzt hat ja das ZDF nächstes Jahr die glorreiche Idee, da Sokos München draus zu machen. Also es gibt die 51.13 in dem Sinn nicht mehr. Die ist damit verschwindet dadurch, ja, ja. Aber durch diese große Streuung über die vielen Städte, ist okay, stört mich nicht. Ihre Zeit ist eh sozusagen damit beendet gewesen schon, genau. Aber es ist schon enorm, dass man so eine Serie so lange Erfolg hat. Ich meine, ich bin, wie gesagt, auch mit aufgewachsen. Man hat alles verfolgt und man ist da irgendwo schon vertrauter mit. Ja, ja. Und wir haben natürlich mit der 51.13 noch das Glück gehabt, dass wir in der Zeit angefangen haben, als es nur erstes, zweites und drittes Programm kam. Und wir natürlich dadurch enorme Einschaltquoten hatten, die heute nur noch von Wetten, dass oder sowas erreicht werden. Und das war natürlich ein großes Glück. Ganz genau. Jetzt hier bei Soko Stuttgart. Ich bin mir an, Sie spielen keinen Kriminaldirektor oder sowas, sondern Sie gehören eher zu den Verdächtigen jetzt dann, oder? Das ist ein Rentner-Ehepaar mit ihrem Nachbarn. Die werden von so Rentnerbetrügern aufs Kreuz gelegt. Und mehr kann man zu der Geschichte jetzt nicht erzählen, sonst würde man zu viel verraten. Sonst würde man zu viel verraten. Da schauen wir lieber dann alle zu im Frühjahr dann, 2016, wenn die Folgen dann eben am Start sind. Gut, klar. Jetzt neues Jahr steht vor der Tür. Was sind Ihre Wünsche und Ziele? Wie soll es? Was haben Sie noch für Pläne? Pläne habe ich im Moment keine. Wunsch ist gesund bleiben. Das regelt eigentlich alles. Genau. Gesundheit ist immer das Wichtigste, das man braucht. Genau, da haben Sie recht. Ja, nächste Serienfolgen irgendwo, wo was ist. Steht noch gar nichts im Haus. Das geht ja meistens relativ kurzfristig alles. Also im Moment ist gar nichts. Macht nichts. Gut, dann wünsche ich Ihnen auf alle Fälle hier in Stuttgart noch viel, viel Spaß sozusagen. Schauen Sie sich die Stadt auch noch ein bisschen. Haben Sie da noch die Möglichkeit? Ich bin vertraut. Ich bin seit über 25 Jahren mit einer Cannstatterin verheiratet und insofern bin ich mit der Stadt eigentlich schon vertraut. Und sehr auch sehr gern hierher. Also gut, immer mal wieder so pendeln zwischen München und Stuttgart sozusagen. Im Groben. Ja. Gut, alles klar. Und dann Ihnen eine gute Zeit fürs nächste Jahr. Weiterhin viel Erfolg und Gesundheit, wie wir schon gesagt haben. Und vielleicht sieht man sich irgendwo bei einem der nächsten Jubiläen, Soko Stuttgart, Soko München, wie es jetzt dann neu heißt, irgendwo mal wieder. Ja, wäre sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte gerne. Das war es schon hier aus dem Verhörraum hier bei Soko Stuttgart. Soko Stuttgart.